Ich weiß, dass du endlich Erfolg im Leben haben willst, dass du endlich nach vorne kommst und deine Ziele erreichst, weil der Punkt, an dem du dich befindest, dir so langsam auf den Sack geht. Du hast keinen Bock mehr, so wenig Geld zu verdienen und du hast auch keinen Bock mehr, keine Anerkennung im Leben zu bekommen, immer nur gestresst zu sein, teilweise von Rechnung zu Rechnung zu laufen. Oder selbst wenn du das nicht tust, das Gefühl zu haben, dass du dein Potenzial im Leben einfach nicht richtig lebst und deswegen gehen diese Worte in diesem Video hier an dich. Irgendwann muss mal der Zeitpunkt kommen, wo du aufwachst und aufstehst und endlich die entscheidende Entscheidung triffst, um in die richtige Richtung zu gehen. Der Punkt, dass es leicht wird, wird nie kommen. Du wirst niemals dich ready fühlen. Du wirst dich niemals komplett bereit fühlen, um endlich solche entscheidenden Steps zu machen. Du wirst auch immer Angst haben und dir wird immer so ein bisschen der Mut fehlen, aber das gehört dazu und das war auch bei mir so und bei jedem Einzelnen, den wir erfolgreich gemacht haben, genauso, dass der Tag, an dem du ins kalte Wasser springen musstest, kommen musste. Und der Tag ist bei dir bisher noch nicht vollständig da gewesen. Du schiebst das alles immer so ein bisschen auf, du denkst dir, bald mach ich's, bald kommt der Zeitpunkt, mir fehlt noch irgendwas. Aber lass mich dir sagen, dass, wie gesagt, dir nichts fehlt, du ready bist und diese Angst und das Gefühl, noch nicht ready zu sein, nie weggeht. Der Unterschied zwischen den Menschen, die es trotzdem machen und dann schaffen und denjenigen, die es nicht mal wagen und deswegen versagen, bevor es losgeht, ist nicht, dass die eine Partei keine Angst hat und die andere Angst hat, sondern dass die Partei, die, also beide haben Angst, aber die eine Partei, die es schafft, ist diejenige, die trotz Angst handelt. Mutig zu sein bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern trotz Angst zu handeln. Und ganz ehrlich gesprochen, dir hat bisher der Mut gefehlt. Die Frage ist, willst du das weiter zulassen oder endlich mal richtig loslegen? Vielleicht bist du ja auch schon im Vertrieb, vielleicht hast du ja schon begonnen, aber du legst nicht richtig los, dich blockiert irgendwas. Und das ist in erster Linie meistens die Angst davor, dass es scheitern könnte. Was sagen dann die anderen über mich? Wie geht's mir dann finanziell? Geht's mir dann vielleicht doch schlechter? Und so weiter und so fort. Aber wenn du ein ganz neues Niveau haben möchtest, musst du auch bereit sein, das alte Niveau zu riskieren und gegebenenfalls auch zu verlieren, was kein Verlust ist, weil es dich ja offensichtlich nicht glücklich macht und du deswegen auf den Gedanken kommst, was zu verändern. Wenn es dich so glücklich machen würde, wo du jetzt gerade stehst, hättest du doch schon lange den Gedanken losgelassen, was zu verändern. Also wenn ich komplett happy bin, dann denke ich ja jetzt nicht darüber nach, wie ich mich jetzt unglücklicher mache. Nur wenn du unglücklich bist, denkst du darüber nach, etwas zu verändern, um glücklicher zu werden. Das bedeutet, die Angst, die du gerade hast, das zu verlieren, was du jetzt hast, ist völlig unberechtigt, weil das ein Vorteil wäre. Es ist doch ein Vorteil, das, was du jetzt hast, nicht mehr zu haben, weil es dich offensichtlich nicht erfüllt. Und dann gehört es auch mal dazu, den einen oder anderen Stolperstein in Angriff zu nehmen. Das eine oder andere Hindernis in Angriff zu nehmen. Das Problem ist, dass in der Regel die feigesten Leute überlebt haben, weil einfach nur physisch gesehen waren wir in der Naturwelt sehr, sehr, sehr vielen Tieren unterlegen und nicht überlegen. Und diejenigen, die die mutigsten gewesen sind, waren auch oft die, die am ehesten gestorben sind. Weswegen ein ganz großer Teil von feigen Leuten übrig geblieben ist über die letzten Generationen, wo du offensichtlich auch noch mit dazugehörst. Und diese Angst uns alle irgendwo begleitet. Du musst nur verstehen, dass das niemals weggehen wird und du endlich mal in die Handlung einfach rein musst. Und alles, was du jetzt hast, nicht ansatzweise so geil sein wird, wie das, was du in der Zukunft haben kannst und wirst, wenn du bereit bist, diesen Weg zu erklimmen. Und warum ist das für dich noch so schwer, mal so richtig den Schalter auf 100% umzulegen? So, okay, ich mache das jetzt einfach. Ich ziehe das jetzt durch. Ich kündige meinen Job oder wenn ich meinen Job schon gekündigt habe, im Dort-O-Dort-Vertrieb tätig bin, mal richtig den Schalter umzulegen, richtig reinzuballern. Warum tust du das nicht? Weil es hier ein ganz großes Spektrum gibt, was du nicht kennst. Das ist noch dunkel. Ja, du weißt, du kennst vielleicht dein Ziel, du kennst, wo du stehst. Aber das, was dazwischen liegt, wie du da genau hinkommst, kennst du alles richtig nicht. Wenn du aber auf der Autobahn fährst, im Dunkeln nachts, dann zeigen dir die Scheinwerfer auch nur die nächsten 100 Meter an. Du kennst dein Endziel und du kennst, wo du dich befindest, aber du kennst diese schwarze Strecke dazwischen nicht. Du kennst nur die nächsten 100 Meter und das reicht. Und mehr wird es auch nie. Klar, wenn du jetzt ein Coaching bei uns beispielsweise machst, dann wirst du sehr viel Licht ins Dunkeln bringen, weil wir diesen gesamten Weg nicht nur selber sehr erfolgreich gegangen sind, sondern mittlerweile auch über 700 Leuten im Coaching geholfen haben, ihr komplettes Leben zu verändern, indem wir ihnen diesen Weg klar aufgezeigt haben. Und immer, wenn mal eine Stelle ganz schwarz gewesen ist, sie mich kontaktieren konnten, sie Sabrina kontaktieren konnten, sie die anderen Coaches bei der SHS kontaktieren konnten und immer jemand da war, der ihnen wieder den Weg aufzeigen konnte und auch Mut machen konnte am Ende des Tages. Was wir dir aber nicht abnehmen können, ist die Entscheidung zu treffen, diesen Weg überhaupt zu gehen und richtig loszulegen. Sondern deswegen ein Appell an dich, du wirst niemals das aus dir machen können, was du eigentlich machen willst, wenn du nicht, ganz trocken gesprochen, die Eier in der Hose hast oder was auch immer in der Hose hast als Frau, den Weg endlich mal zu gehen. Es wird nicht passieren. Und wenn du die Ergebnisse bereits haben könntest, die du haben willst, mit dem Charakter und den Fähigkeiten, die du jetzt hast, dann hättest du die Ergebnisse bereits. Du kriegst im Leben nicht das, was du willst, du kriegst das, was du bist, weil du anziehst durch deine Person, was du haben wirst in der Zukunft. Deswegen geht es darum, persönlich auf ein neues Level zu kommen, was erstmal jetzt in diesem Kontext hier beginnt damit, ein besserer Verkäufer zu werden. Ja, richtig reinzustarten das ganze Ding, den Schritt zu gehen, nach vorne zu gucken, Gas zu geben, sich einen Mentor zu holen, sich ein Umfeld zu holen, sich das Wissen zu holen, was man braucht, um da hinzukommen, dann den Kopf auszumachen und dann einfach nur noch zu machen. Und ich schwöre dir, du wirst es lieben, wenn du es einmal getan hast und es abnormal bereuen, wenn du es nicht mal versuchst. SRS.de ist deine Adresse, um im Door-to-Do-Vertrieb zu lernen, wie du 100 bis 200 Neukunden Eigenumsatz im Monat schaffst und vor allem Licht auf den dunklen Weg bringst, der gerade noch vor dir liegt.